Plastik? Faith braucht die Position von Gabriel Kruegers Wohnung in der View. Kein Problem! Ich hab sie gerade auf deinen Beat hochgeladen Faith! Du kannst von dort aus auf sein privates Netzwerk zugreifen. So kommst du an den Grid Prince. Ja du musst nur eine leere Shotgun verwenden Faith. Sobald du die Verbindung herstellst, hacke ich mich über deinen Handschuh rein. Oh Mann, was für ein Familienstolz, total gekränkt. Sag ich ja. Mann, 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 ey. In Kuvers Wohnung reinzukommen ist noch schwieriger als der Einbruch in die Dogs. Es gibt nur den Helipid auf dem Dach und natürlich den Haupteingang. Ein VTOL können wir auch nicht wieder umleiten, weil sie ihre Kommunikationsprotokolle geändert haben und es ist einfach zu leistig. Lass sie einfach machen. Oh. Okay. Ich muss mich nun leider verabschieden. Und Faith, denk an unseren Deal. Tja. Jetzt. Lass mal da hinten hin. Schöpfen wir aber schon. Sind wir flink, klug und schön. Und einfach da rinspringen. Yeah. Yeah. Faith. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, die äußeren Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Du kommst durch das Malus Art Museum rein. Da wird es zwar auch Wachen geben, aber du müsstest ihnen auf dem Weg gehen können. Ich hab mich vor ihnen, aus dem Weg zu gehen. Ich verstehe nicht, warum die Leute in Kunstmuseen gehen. Sie sind vollkommen unlogisch und... Kunst muss nicht logisch sein, Plastik. Warum nicht? Welchen Sinn hat sie dann? Sie soll Gefühle wecken oder überhaupt irgendeine Reaktion hervorrufen. Genau wie Reflection. Nein, Reflection erzeugt künstliche Emotionen. Kunst ist real. Also ich finde sie bescheuert und sinnlos. Das ist vollkommen in Ordnung. Auch das ist eine Reaktion. Bescheuert und sinnlos. Ah ja. Manchmal ist mein Denken auch so bei anderen Leuten. Bescheuert und sinnlos. Aber es geht. Das ist so reine Konjunkturie-Aussagen. Was ist dahin? Hey, ich bin hier drüben. Hey, ich bin hier drüben. Ja, Nervensäge. Ich brauch keiner. Oh mein Gott, ja. Alles klar. Keine Probleme, Keine Probleme. So, das ist der Schirm hier. Ich hoffe, ich bin hier richtig, hoffentlich. Boah, war das ein Sprung, das war ein Sprung, Astrein. Astrein und Sprung. Was, soweit ist das noch? Was ist denn das noch da hinten? Ganz schön langer Ort, um mal wirklich an Szene zu kommen, ey. Was sag ich lange? Aber hier haben wir es gleich schon. Das ist doch genau... Ne, warte mal, das ist hier unten irgendwo. Ach, schon wieder so Zugang verschaffen, na gut. Können wir endlich noch erledigen in dieser Aufnahme und dann... Ja, war es auch schon für heute. Ich würde fertig werden. Das muss man andersrum machen. Hier. So, wo müssen wir im Netz hin? Das ist das hier, okay. Äh... Ich vermute... Irgendwie da rein. Wie komme ich denn da rüber? Ah, hier, 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 hier. Ich habe es gefunden. Ne, das ist nicht... Äh? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich... wir gucken, wie ich da hinkomme. Nee, so kommen die Toilandstein. Ah, ein Moment. hey ich hab keine ahnung alter was soll ich denn da machen hä absolut keine ahnung ich vermute das spiel geht nämlich nicht mehr so lange vermute ich glaube 1 2 missionen werde ich da noch machen müssen es geht nicht es geht doch gar nicht auf oder doch ja na klar ich bin doch bescheuert oh mann ist das bescheuert ach hier dann soll ich mal gucken ob ich da überhaupt reinkomme du musst dich durch das gebäude bis ins oberste stockwerk vorarbeiten nee das geht gar nicht von dort aus müsstest du zugang zu krugers lobby haben vorausgesetzt die baupläne stimmen moment mal ist es so ach nee hier hallo hier ja stimmt so muss das gehen ach du kacke höh so viele was 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 hölle lass dich nicht umbringen kuma würde dich vermissen und vergiss dich du musst ins oberste stockwerk und dann ich geh jetzt einfach durch ist mir so natte ob ihr da seid hab ich bin es ja nicht frei ich bin es so ich bin es ich bin es es ist lege wir die und die Sie ist verletzt! Gehe den Rest! So, jetzt sind wir hier... Das Subjekt hält nicht mehr lange durch! So, dann da hin... Weißt du hier richtig? Ja, anscheinend! Wunderbar! Ich bin bei Wartungsreich! Sobald du da durch bist, musst du wieder ganz nach unten! Von dort aus solltest du dann die Lobby erreichen können! Ach du Köcke! Die Wachen in Krugas Wohnung wurden durch den Aufruhr im Museum alarmiert! So wie es aussieht, wollen sie dich in der Lobby abfangen! Das können Sie gerne versuchen! Oh nein! Jetzt wirst du das Gesalping oder was? So, der ist schon mal weg! So! Okay! Bring mir Entschuldigung! Ja, ja! Noch hier hoch. Schau hier nicht. Fuck, man. Schau hier! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Entschuldigung, ich bin hier. Das ist ein Schiff, ne? Ja? Wir sind rangeholt. Wer ist gemacht? Ich hab wieder Sichtbottakt. Lange hält sie das nicht mehr durch. Ach, wie soll ich das denn machen, ehrlich? Nervt doch. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, oder Leute? Was meint ihr? Die Stelle ist scheiße. Erstmal müssen diese Schießspackos essen. Mein Muck ist mir so auf den Sack. Hau doch einfach ab von mir. Meine Fresse. Das ist meine Geschichte. Auch tot. Der Schmeig. Auch schon mal weg. Noch den hier. Das Auto-Aiming hier in dem Spiel. Das ist so schlimm. Ich mach mal einen Schnitt, bis ich das geschafft hab. Bis gleich.